1 Haben Sie kurz Zeit? Ich habe nur ein paar Fragen. Ich bin Andrea Arnold. Klar, ich heiße Nina Weber. Frau Weber, was machen Sie gern? Hm, ich schwimme gern und ich gehe sehr gern ins Kino. Lesen Sie auch gern? Nein, das mache ich nicht so gern. Ich lese nicht viel. Vielen Dank, Frau Weber. Bitte, gern. Zwei Haben Sie kurz Zeit? Ich habe zwei, drei Fragen. Ja, ich bin Niklas Jamek. Herr Jamek, was machen Sie gern? Reisen. Ich reise sehr, sehr gern. Ich höre auch gern Musik. Fotografieren Sie auch gern? Nein, ich fotografiere nicht gern. Drei Und wer sind Sie? Ich bin Julia Rossi. Frau Rossi, was machen Sie gern? Ich tanze gern. Ich tanze gern. Das mache ich sehr gern. Und ich jogge auch. Ich jogge oft und sehr gern. Singen Sie auch gern? Nein, ich singe nicht. Vielen Dank. Hören Sie gern Musik? Ja, sehr gern. Und Sie? Zwei Gehen Sie gern ins Kino? Nein, nicht so gern. Und Sie? Drei Kochen wir am Wochenende? Ja, gern. Vier Joggen wir morgen? Nein, das geht leider nicht. Fünf Sprichst du Englisch? Ja, und du? Eins Was machen wir am Samstag? Wir gehen ins Kino. Zwei Was machen Sie am Sonntag? Ich lese ein Buch. Drei Wann joggst du? Am Montag und am Donnerstag. Vier Kochen wir am Sonntag Spaghetti? Ja, gern. Fünf Was machst du am Wochenende? Ich arbeite am Wochenende. Sechs Spielst du gern Fußball? Nein, nicht so gern. Eins Gehen wir ins Café? Ja, gern. Wann? Heute Nein, das geht leider nicht. Am Freitag? Ja, das geht. Zwei Gehen wir ins Theater? Ja, gern. Wann? Am Freitag. Nein, das geht leider nicht. Ich habe am Freitag nicht frei. Und am Samstag? Ja, das geht. Gut. Drei Gehen wir am Samstag ins Schwimmbad? Ins Schwimmbad? Nein, ich schwimme nicht gern. Okay. Gehen wir ins Fußballstadion? Ja, super. Wann denn? Wann ist das Spiel? Am Sonntag. Ja, das geht. Das ist super. A 27 B 39 C 42 D 51 50 E 63 F 76 G 85 H 94 90 984 984 8349 7532 304 611 611 52 351 50 30 290 1024 1024 2015 65 65 271 65 271 So, dann brauche ich noch Ihre Daten. Wie heißen Sie? Mein Name ist Elias Maurer. Wie bitte? Wie ist Ihr Vorname? Elias. Elias. Und der Nachname ist Maurer, richtig? Ja, das stimmt. Elias Maurer. Und wie ist Ihre Adresse, Herr Maurer? Parkstraße 7 in 80734 München. Ich wiederhole. Parkstraße 7. Ja, richtig. In München. 80734. Ja, genau. Haben Sie eine E-Mail-Adresse, Herr Maurer? Ja, Elias.Maurer at gmx.de. Ich wiederhole nochmal. Elias.Maurer at gmx.de. Ja. So, jetzt brauche ich noch Ihre Telefon- oder Handynummer, bitte. Das ist die 0175 98 74 74 22 43. Also 0175 98 74 22 43. Ja, genau. Sie bekommen dann von mir eine E-Mail, Herr Maurer. Was machen Sie, Frau Schulz? Ich bin Taxifahrerin in Köln. Ich fahre an fünf Tagen, von Dienstag bis Samstag. Nachts fahre ich nicht, ich fahre nur am Tag. Wann haben Sie frei, Frau Schulz? Sonntag und Montag habe ich frei. Da arbeite ich nicht. Vielen Dank, Frau Schulz. Zwei. Was sind Sie von Beruf, Herr Atan? Ich bin Arzt. Und wo arbeiten Sie? Ich arbeite in einem großen Krankenhaus in Berlin, in der Charité. Ich arbeite auch am Wochenende. Und wann haben Sie frei? Montag und Dienstag. Da arbeite ich nicht. Da habe ich frei. Vielen Dank, Herr Atan.